Radio 91.2. Nur der BVB. Aber nur der BVB. Ja, großen Berni. Ja, alter Lachs. Jetzt geht's an die Bulletten. Total Schaden 04 haben wir verprügelt. Diesel Goldsburg, den haben wir in den GTI eingetreten. Und jetzt geht's gegen eine Truppe, die weiß, wie das Bolzen funktioniert. Paragraph 1 aus München hat uns im Hinspiel mit 4.0 aus ihrer beleuchteten Kloschüssel geschossen. Wir sind da rumgelaufen wie eine schwangere Schildkröte von den Galapagos-Inseln. Aber jetzt zu Hause bei uns im Tempel, ja, da haben wir ihnen schon oft die Pelle von der Weißwurst geflext. Leider ohne die besten Perla-Fans der Welt im Tempel, was für mich persönlich schlimmer ist als ein Magen-Darm-Virus in der Hochzeitsnacht. Das geht gar nicht. Also, Viking, Harland und Co. schießt den Euro-Neuer seinen Reklamierflügel weg und macht alle Borussen stolz. Stolz wie Bolle. Denn selbst auf dem Sofa gibt's für mich und alle Borussen wirklich nur eins. Aber wirklich nur eins. Nur der BVB. Aber nur der BVB.